moin so freunde willkommen zurück zu pokémon's markt edition mit dem randomizer for gather projekt und wir befinden uns hier mitten im kampf gegen einem amoroso level 8 und wir haben ein quapuzzi level 5 und wir haben auch nur quapuzzi level 5 alles klar wir haben nichts anderes im team es ist ein quapuzzi ja superball gefangen wir können schon superbälle haben oder haben wir einen gefunden vielleicht keine ahnung ist ja viel passiert seit meiner folge zwei parts gekommen und ich hoffe wir sind aus diesem blütenburg weit raus vielleicht auch schon im meter aus city mal gucken auf jeden fall müssen wir uns erst mal strengen dieses amoroso weg zu klatschen wobei wir haben wir treffen neutral es trifft vielleicht nur nichts effektiv das kann gut sein wir setzen uns ein panzer schutz juckt uns nicht wir haben anscheinend das ist sowieso speziell ja komm unsere treffende idiot wir sind sogar gleich schnell ist klar ist okay es schläft schon mal ist gut aber schläft auch tief und fest wenn es die stelle also wieder direkt aufwacht dann streich aber das ist auch gut sein sehr gut und stein immer noch erwoll das aufkommt wir haben bären wir haben ja schon zerschneider und felsgrab dann sind wir schon im minister meter aus ich glaube ich glaube der schneider kriegt man einen felsgrab ist das haben wir schon im ersten orden jetzt könnte ich die trm erinnerleiterin sein ruhig gleich mal nach wir haben keine getränke ne shit die musik muss treffen ist schwer sein die musik muss treffen sonst ist hier ende klammerung ist okay er schläft ich glaube klammerung trifft nicht häufiger ne so wie wickel oi 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 freunde ey knappes ding hier sagt level 7 jawohl da wollte der parkour schweißer halten hat nicht genau gerechnet dass ich mich hier rauskämpfen kann alter wieviel kriegt denn das vier level schon noch ein kampf jetzt sind wir überlevelt oh verdammt das ist nicht gut ein duflor das werden wir nicht gewinnen das wird direkt wieder wird direkt wieder die puse ein das ist nicht gut kassieren wir noch mal schaden haben wir eine pierce bebe ja haben wir vier stück sogar von den ganzen bären her schläft noch ey das wird jetzt eine richtig klappe sache hier und jetzt citrobeere oder misinebeere die nehm ich mal aber das vieh wird uns weg klatschen ist einfach so so reich komm jetzt müssen wir draufhauen ich attacke stärker ach quack aber glaube ich ne mal eben gucken 20 könnten die titile senken sind eh schneller 40 das wird eine richtig harte nummer jetzt aufgewacht ok lock duft macht nix nochmal lock duft kann ich nur lock duft und giftpuder eventuell giftpuder wieder ich biete mal ein bisschen freunde ich muss die vergiftung heilen die bringt nix das vieh trägt auch kein item leider ne ah der absorber da ist er und das wars freunde ja ich konnte nichts mehr machen ich weiß nicht mal wo wir waren ist das schöne wir haben jetzt mal ein bisschen coole verloren aber wir sind echt in metaros city das kann ich direkt mal gucken und wir haben schon den ersten orden ja sehr schön das ist gut ich hab jetzt mal Zeit für neue pokémon hier wo wir pokémon zurückzuholen naja hat kampf ein bisschen gedevilt wenigstens game unlock tatsächlich hat er sich verschieben scheinbar so lapras wurde entweder nicht entdeckt oder wurde einfach nicht angerührt sehr gut sind die ganze pokémon da sind sie so alle mitnehmen hier wieder dann seht ihr die gleich wieder unten unter dem bild ne aber was heißt alle kam auch natürlich nicht das drecksvieh brauchen wir nicht mehr der eismagier ja nimm's mit du sollst du bewegen kollege was wir jetzt aber machen das war jetzt ein bisschen verschwendung eigentlich sogar ich werde jetzt einfach mal leona trainieren und die werde ich auch in der folge wieder absetzen beziehungsweise bevor ich den safe set wieder verschicke an den paper dort die sollen einfach nichts von leona wissen an möglichkeit so ich weiß nicht wo wir waren äh haben wir schon den pokémon dann weiß ich zumindest wo wir hin müssen ne haben wir noch nicht ja dann müssen wir wohl hier rein erstmal mach mal ein bisschen story erstmal heute da müssen wir noch gar nicht hin das merkt wir konnten wie du ach nee wir müssen ah da sind wir gegangen reinbar ok dann weiß ich bescheid hier ja ja genau richtung tunnel ist das vielleicht der trainer gewesen ist egal ich werde einfach austauschen zur not der ist noch nicht besiegt auf jeden fall meine pokémon sind die kinks überzeugt dich selbst schau mal ich weiß nicht mal welche trainer es war ne ne der war es auf jeden fall nicht der will einen neuen radfratz ah schöner ball ey aber wir wechseln trotzdem aus auf Slavo kann auch keiner mehr wo kann das sein unser starter ich finde Slavo gar nicht übel für einen starter also fürs erste pokémon jetzt hier in der äh ich wollte grad sagen ja lock ich sagen aber das ist ja nur ein Venomizer also schön mich dafür eh nicht mehr mit den Knicks benutzen Kapuzzi im Grunde wird glaubt für mich auch vorbei jetzt aber das spielen wir ja nicht Kapuzzi ist für mich raus aus dem Spiel Ace Trainer Faust ja alles klar hau mal ab Junge geh mal woanders spielen ey Tipps für Trainer ja komm kann man stoppen mit dem B Knopf die Entwicklung woher will doch schon der ist auch noch nicht besiegt war vielleicht er der Trainer bei dem wir stehen geblieben sind mal schauen er hat zwei pokémon und der Amorose okay dann was er die seiner Jimmy vielleicht hab grad auch nicht auf den Trainer geachtet aber das sollte jetzt aber ein leichteres Spiel werden mit Upsi für die Gott ich hab ja letztes mal gesagt das ist ein Eichhörchen das ist ein Brotlox hab ich auch glaub ich geschrieben in die Folge auf mich ist das immer so ein Koppel aus wie ein Eichhörchen ich weiß auch nicht das ist aber auch kein Schwall wie ein Eichhörchen von daher ich glaub ich hab da auch zu sehr ein Conker gedacht kann das sein Level 16 ist ja schon voll entwickelt kann sich auch noch nicht mehr entwickeln so da wechseln wir jetzt zum Magma das hat sich auch ganz schnell gegessen die Nummer war sehr schön wir haben immer auch den Folgestil drin ne ist mir aufgefallen wir machen die auch nicht raus die beiden aber die machen extra für mich wieder rein kann natürlich auch sein das wär dann aber sehr nett weil ich will den Eichhörchen lassen das wir schon ein bisschen schwieriger machen so tschüss du Floor und jetzt haben wir gewonnen easy peasy der mit dem Geld gibt's wieder der Geld haben wir eigentlich na als es geht 8 Pokémon gefangen wobei wir haben keine Nationaldecks wir haben wahrscheinlich schon mehr gefangen ja müssen wir ja was mit dir hier Mädel ok das mit dem Hein Silicin lern ich auch Hummelupf Ach wieso nicht alle Pokémon die gegen Jonah fiktiv sind kam nicht mal Violette tete 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 die These ist schlecht warte mal was wird wir machen das so na ja halt du dich nur Erstmal Gift Wolke ab Aussetzer. Na toll, ist der Zickelein. Klatscher! Und tschüss. Läffiges Vieh. Weißnebel ernährt, okay. Ich bin geschockt. Wat? Ja, ich war verloren. Gibt's denn hier so viele Pokémon? Haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Wir wissen... Wurde nur von... Ob wir zieht, dass es neu dazugekommen ist. Aber auch nicht, woher es kommt. Haben wir Bälle? Bis wir dann in die Sache gucken, ne? Ne, natürlich nicht. Dann fang ich halt kein Pokémon. Auch egal. Alter, Aufbruch richtig stark. Dann kann ich wieder wechseln, ne? Toll. Drei KP gegen... What's up? Oh, das ist ein Doppelkampf eventuell. Jungkiffer. Ja, da gehen wir jetzt mal weg. Wenn so ein Doppelkampf wird, wenn ich beide tauschen muss, ist mir egal. Guck mal nach oben, Leri. Jetzt guck die alle wieder weg. Das gibt's doch nicht. Dann hat kein Doppelkampf. Oh. Oh. Hat zwar O-Absorber. Nicht gut. Dann halt so. War's fertig. Jawohl. Donnerschlag-Trickgelein. Jawohl. Schönes Ding. Nur die Luft. Kannst du direkt mal einsetzen hier. Irgendwas ist toll. Zeig mal, was du kannst. Der Kleine mit seinem Donnerschlag. Ja, super. Sehr lange wir halten. Oh. 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 Das paralysiert sehr gut. Oh ne. Anziehung. Egal. Ist weg. Sollte, da ist ja viel Speede gerade, Freunde. Ich will auch ein bisschen was schaffen hier. Oh. Der nächste Trainer. Hab' ich sogar echt gerade mit dem Typen beide Doppelkämpfe, beide möglichen Doppelkämpfe verkackt, ne. Weil der eine immer zur Seite geguckt hat, der andere Wanderer. Operator P mit Abra. Okay, easy. Das wird ja wahrscheinlich nur teleport können. Das Leonard hier in sich im Sieg. Ja. Okay, komm. Mach' mal schneller, Freunde. Da passiert nicht viel. Level 8. Kajal, keine neue Attacke. Ist Quatsch. Hä? Geh' euch. Verlieren erschöpft mich. Easy bis hierhin. Hab' ich schon Zerschneider beigebracht. Äh, falls nicht, werd' ich's wohl mit Garnier einfach beibringen. Ich hab' keine andere Möglichkeit. Magby, yes. Magby, yes. Gehen wir auch klein. Tschüss. Level 9 schon. Wunderbar. Azumel. Da werd' ich wechseln. Ja, ich versuch's mit Blizz Warp. Sonst weiter mit Blizz Warp. Ja, eigentlich klar, sehr schön. Anschluss. Level 10, jawoll. Was ist mit dir hier? Hm, Brüder, was ist hier los? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeug zu haben. Also, als so ein Idiot mich verjagt hat. Der Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Die können einen Aufruf anstalten. Okay. Ja, ja, komm's. Halt's, Maul, Kollege. Kannst du schon zerschneidern? Nee. Überhaupt nicht jemand zerschneidern? Mal gucken. Das natürlich nicht. Das auch nicht. Nee. Das war ein bisschen Verschwendung auf Megani, aber pfff. Brauch's gerade. Er kann doch nur Megani nähern. Also, passt das schon. Decke 50, beide 95. Also, Decke weg. Tschüss. Kann man immer noch verlieren lassen später zerschneidern, von daher kein Problem. Ich glaube, es gibt hier einen Attackenverlerner, ne? Oh, tschüss. Irgendwie. Nichts wird gehen, an der Beutel hat mir in den Taschen. Ja, weiß ich doch. Meine Fresse. Wir sind auf jeden Fall Doppelkämpfe vorprogrammiert. Tatsächlich mal die Pokémon. Mich prüfen. Einsetzen. Ja, das muss reichen, komm. Auf die Hälfte. Ich bin doch nie von irgendjemand irgendwo in irgendwas geschlagen worden. Entschuldige, dass du hinreißen fällst meiner Pokémon an und du wirst dich vor, wo du kampflos ergeben. Ich bin gespannt, wie ich Pokémon der Kollege hat. So, einmal Cool-Trainer Bob und Ace-Trainer Veronica. Die Frage ist, wer es wäre. Oh, schön. Zwei, äh... Feuer-Pokémon. Mit zwei, äh... Mit zwei, äh... Einziger Feuer-Boden. Aber auch jetzt als erstes weg und das kommt raus. Kann ich viel mitmachen. WhatsApp kommt rein. Zu Unterstützung. Überblick gegen... Ach, gegen beide, okay. Ich glaube, wäre auch cool zu fangen, ehrlich gesagt. Wenn Leo doch mal wieder käme. Das war übrigens ganz ernst gemeint mit der Frage, ne? Wer es wäre. Weil, äh... Auch, äh... Die Trainer-Namen wurden ja geändert, ne? Stern-Du. Jetzt wird doch wieder nichts besser. Ähm... Hier, der Kid. Der Kid wächst hier aber nicht wieder hin. Er hat mal... Das ist natürlich schlecht jetzt wegen dem Steingurf. Der es ertreffen wird, genau. Trotzdem wurde nicht K.O., jawoll. War kein Ding. So, Tackle. Ich fiege... Oh, es lebt noch. Ich fiege auch Tackle ein. Top Genesung hat der schon. Oder die... So gar nicht. Und noch den Tackle hinterher. Jawoll. Tschüss, Ilara. Ach, der hat hier noch ein Pokémon. Vegetales. Wo auch übrigens mal ein Flug-Pokémon. Fällt mir mal da hin. So, wechseln wir mal. Das Kampf... Ach, wohl. Ah, Kampf gegen beide. Sehr effektiv, ne? Shit. Voll vergessen. Egal. Das kann ich eher auswechseln, als jetzt. Eh, die Konfusion. Okay. Macht nicht viel. Sehr schön. Feuerschlag. Das Quacknarre. Das Vieh wird dampfen. Okay, witzig. Nicht, aber... Der ist echt für Whatsapp. Sehr schön. Intensität auf jeden Fall. Äh, tschüss, lieben Sula. Ja. Ach, gleich schon gar nicht Zeit rum, Freunde, ey. Ich würd gern die Kämpfe noch beenden. Der ist durch, der Kampf. Meine Güte, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Oh, sagt das, dass das nicht wahr ist. Ah, komm. Da hat doch... Boah, viel Kohle für, von denen. Und noch ne Kiwanbeere. Ach, stimmt. Wir kriegen ja randomized Items. Natürlich können wir Pokémon super bald finden. Boah, nächster Kampf. Ich glaub, das ist auch schnell jetzt hier auf der Route, ne. Ja, dann können wir ja danach, äh... Zepter übergeben, glaub ich. Einfach hier so mitten im Gebüsch. Ja, ich hab ja schon mitbekommen. Ich hab die dritte Folge gesehen. Der Paper Toad weiß nichts über Spielfakt praktisch, ne. Von daher... Kann man damit noch viel Schabern abgetreiben. Das ist mein Trattfahrzeug. Ach, nicht. Warte mal. Ich muss ja zumindest den Jona noch wegbringen. So. Zack, Donnerschlag. Der trifft natürlich. Und Ackerknarre trifft auch. Perfekt. Unschönes Wampel. Und Level 11, jawohl. Wir haben gut gelevelt die beiden heute. Ich hab in der Stunde nicht aufgepasst. Da hab ich verloren. Bis mir Haushock überlegen. Nicht deine Nummer. Ich hab auch kein Pokkenauf, meine Freunde. Aber was haben wir hier für Items? Ich mach heut, glaub ich, ein Ticken länger, Freunde. Tut mir leid. Ganz kleinen Ticken. Jetzt achte ich auf welcher Route die wir sind. So, Maronenbeeren. Sehr schön. Aber die sind gut vorgekommen, die beiden letztes Mal, ne? Ich komm mir gefühlt gar nicht vorbei heute. Also wir haben ein paar Trainerkämpfe hier gemacht, ne? Schluckraut. Schluckraut. Was macht das doch mal? Da, Schluckraut. Gebt jede Statusveränderung auf. Okay. Versteckt Eisattacken. Die hat zwar noch keine, aber die kannst du direkt mal hier nehmen, dieses Item. Der Kivanbeeren. Ich seh Pokkriegelzotter im Nebenboden am Kivan wächst. Okay, bringt also nicht viel. Bananen genauso. Geht über dem einfach mal den Maro-Beriff. Einfach eigentlich recht simpel, aber komm. Geh jetzt doch in den Tunnel rein. Überziehe ich aber halt echt ein bisschen. Ich lass mal hier noch lang gehen. Prämierball. Oh. Den selbst hier kann man hier finden. Jetzt haben wir Pokéball. Den muss ich eigentlich verballern. Oh, was mache ich nur? Pecco und ich waren auf einem Schluckraut und da kam so ein Schlägertyp. Der Schuckraut hat mir mein Lieblingspecco geklaut. Oh, Pecco. Ne, komm ich geh jetzt da noch rein. Ich hole Pecco da raus. Weiße Flöte erhalten. Okay. Ich weiß, ich bin schon drüber, aber komm Freunde. Überziehe ich einmal. Was? Was ging das antreten? Man holt die an den Trafpügel. Man sollte sich alle Kilo holen. Dass das geisergenommene Puchmann hat sich ganz völlig quer aus der Wiese. Dafür habe ich nur einen Flugweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Du, fahrst du mich etwa heraus? Yes. Komm, diesmal machen wir einen Aqua-Kampf. Ich hätte natürlich jetzt hier wieder sagen können, wir machen hier wieder eine Pause. Am nächsten Aqua-Typen. Man Joey. Ach ne, ich weiß ja gar nicht, wie der andere hieß. Man Joey, der guckt mir bekannt vor, aber ne. Ich kann ja gar nicht wissen, wie der hieß, weil ich da nicht den Kampf bestritten habe. Ja, witzig, wenn der genauso hieß. Ah, die heißt vielleicht trotzdem, also die heißt eigentlich alles Aqua-Rüpel, ne? Ola, okay. Ist in Ordnung. Aber nicht zu dem. Oh. Ist jetzt eingesetzt. Aufgeachtet. Leona erreicht Level 11. Ist wo? Ja. Ah, gut. So läuft eine vielversprechende Kriminelle in die Karriere in eine Sackgasse. Morschau gewinnt 2. Morschau gewinnt 2. 220. Das ist einfach nicht fair. Aber was hat er doch gesagt? Er schobst ein wahres Kinderspiel. Alles was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devin zu stehlen. Ja komm. Halt zum Maul. Devin waren erhalten. Und tschüss. Oh, Beko, ich komm ja schon, mein Liebling. Bin ich froh, dass du unversehrt bist, wieder bei mir bist. Beko verdankt ihr ihr Leben. Mein Name ist Mr. Brack. Und du bist, äh, du bist Morschau, okay. Verkaufst du zufällig Lampen, Seile und Bomben? Ich hätt gerne welche. Ich darf mich dir von ganzem Herzen. Irgendein Problem hast du nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenpupfer. Komm Beko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Und scheiß, das was ich mache, ist das Beste was ich machen kann. Weil jetzt sind wir an einem Punkt, an dem es praktisch zurück geht. Ne, nach Blütenpup City. Ein Giflo, nice. Soll ich das fangen oder versuchen zu fangen? Ja, Premier Ball. Kann ich erstmal Donnerschlag? Ne, nicht Donnerschlag, wuck zuck die Beine. Yo, Megasorger, alles klar. Ja, komm, dann killst du halt. Oh, blitzig, wenn ich weiter nutze. Das ist so einfach mein kleiner Freund, wenn die anderen nicht haben wollen gefühlt. Hahahaha. Nochmal Stapelspruch, okay, du bist ein bisschen blöd. Miststück, oder? Donnerschlag, komm. Oh, Absorbern ist nicht gut. Reicht aber nicht. Wow. Das überlebt ganz knapp. Jetzt doch den Premier Ball. Mal gucken, ob's so bleibt. Wäre nicht einmal schon verkackt. Hey, okay, das war's dann. Giflo. Naja, lebt zu den Megasorger ein. Freu dich, du Drexvi. Tschüss. So, ich bringe jetzt noch schnell Leona weg, Freunde. Also wir sehen uns gleich im Pokémon Center wieder und dann werden wir deinen Part auch. Achso. Ja, Freunde, wir sehen uns nochmal hier wieder. Bei dem Typen, dem die Wangen geklaut wurden. Oh, und? Wie sieht das aus? Die Devon-Waren? Ah, gut, dass du die zurückbekommen hast. Da waren wichtige Sachen drin, die dürfen nicht an die Öffentlichkeit geraten. Das finde ich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Glück einen weiteren Superball schenken. Nice, noch Superball. Entschuldige, müsst du mir bitte folgen? Die ist die zweite Etage, Devon Corporation. Hier möchte ich das Brot des Präsidenten. Ja, ich kann dir nicht gar nichts sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Ähm, das Paket, das du uns zurückgebracht hast. Richtig bitten, es zu Werft in Grafett Port City zu bringen. Ich wäre fürchterlich, wenn es dem Demon-Lotten in die Hände fallen würde. Äh, hehehe, also, äh. Kann ich auch diesmal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein. Würdest du mich für einen Moment entschuldigen? Verdammt, ich kann jetzt nicht weggehen hier. Der Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Na gut, das müssen wir jetzt machen, leider, Freunde. Tut mir leid. Wahrlich ist es nicht geplant. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Tuam, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dir nicht gerne um einen Gefallen bitten möchte. Was hast du ein Paket zur Werft in Grafit Port City bringen willst? Könntest du das auf dem Weg nicht auch in Faustauhafen halt machen? Und zwar in Faustauhafen ein Brief von mir überbringen? Brief erhalten, okay. Ach, pass an, der Stahl kann ich nicht ablegen. Nur nur das Wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Da möchte ich dich nie um einen solchen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Da möchte ich dir diese geben. So, das hatte ich auch noch mitbekommen aus Folge 3. Wir haben endlich die Karte, die der PaperTot ja schon vermisst hat. Ist ein Pokémon-Navigator, oder kurz ein PokéNav. Hat man ein bildliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Armtreuerreise? Er enthält die Karte von Höhen. Du kannst sogar gleich herausfinden, wo die Ortefaustauhafen und Grafit Port City liegen. Ich weiß ja PaperTot nicht. Das ist das Gute. Darum gehört, dass zwei fiese Kriminelle, Magma und Aqua, heißen sie, glaube ich. Joey wahrscheinlich der eine. Überall nur Ärger bereiten. Möchtest du eine Pause anlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst? Mache ich. Okay, wir werden hier halt direkt. Moonbrot Schuh, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Ja, ich geh jetzt erstmal die Yona wegbringen, ist ja klar. Ja, das ist eigentlich jetzt echt das beste Szenario, was ich mir ausmalen kann. Die nächste Folge für PaperTot, weil der jetzt nicht weiß, wo wir langen müssen. Oh, das geht noch weiter. Ja, weißt du, wer für eine Pokenelf entwickelt? Das funktioniert großartig. Zeigst du mir mal deinen Pokenelfen, Morshu, den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Ja, bitteschön, Morshu. Trainer ruf ausgestattet, okay? Trage deinen Freund und andere Personen in das Verzeichnis ein. Kannst du mit ihnen reden? Lass doch unseren Präsidenten Trump eintragen, Morshu. Bitteschön. Bitteschön. Ich will weggehen, Mann. Echt jetzt? Ja, komm ruf an hier. Oh, Morshu. Oh, das scheint der Pokenelf zu funktionieren. Andere werden sich jedenfalls bei dir eintragen lassen. Also versuch, diese auch zu erreichen. Und gut, du machst ein glückliches Gesicht. Hm, woher ich das weiß? Da weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Stalker. Ja, komm. Na? Wo ist das Pokémon hinterher? Ich bringe jetzt noch Leona kurz weg. Was ist das aber wirklich für heute? Ich habe schon viel zu lange jetzt aufgenommen. Was passiert da immer, ne? Leona kommt hier hin. Tatsächlich. Absetzen. Und andere Pokémon hier. Ich komme jetzt einfach wieder mit ins Team, ganz ehrlich. Kommen wir hier mit. So, das reicht, Freunde. Und, äh... Damit verabschiede ich mich auch bei euch für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Dann würde ich mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal beim Papertall vorbei. Ich werde es auf Discord auch wieder verlinken. Keine Sorge. Und, äh... Also, wer auf Discord noch nicht ist, gerne joinen. Link ist in der Beschreibung. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal bei mir hier einschaltet. Also Folge 11 ist es dann. Äh... Ja, bis dahin. Tschö mit Öl. Eier Basu Kasu. Und drückend. Muss meines. Und drückend. Das war so ein Sehnsyn. Vielen Dank.